ich glaube ich fange dann gleich schon mal an und baue das nächste große gebäude für die plattenproduktion genügend beton habe ich einstecken noch ein bisschen draht das war vielleicht noch bei der produktion vorankommen so hart fertig schmelzofen hg konstruktor da brauchen wir noch 6 7 8 3 kabel mama 16 los und verstärkte platte und Musik Musik So, zweite Platte im Bau Sehr geil Oh, das ist riesig Riesen Gebäude hier Gerade über 400 Beton verbraten Und dabei ist das nicht mal riesig Also nicht mal Also da hinten Ja Da kommt jetzt die Schmelze Also da kommt der ganze Schmelzkram hin mit Eisen Das wird das hier nicht direkt vorm Hub alles haben Das leiten wir da hin Weil da oben ist ja noch ein zweiter Miner Der die ganze Zeit steht Der ist aber nur nicht im Betrieb gerade Okay Das ballast du jetzt hier noch Kupfer Ja, das war wenigstens mal Draht herstellen Kannst du auch direkt aus dem Draht Kabel machen Brauchen wir das Produkt nicht auch so Ja, aber du machst mehr Draht Also du kannst Du setzt eine Schmelze hin Und Achso Du meinst jetzt quasi nochmal Hier ein Konstruktor quasi Ja Ja, ne, 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 ne Moment, Moment, Moment Und du musst gucken Was die an Mengen brauchen Also zum Beispiel bei dem Ja, ne, passt 30 pro Minute Und steh nur 30 her Mh Genau, aber für das Kabel brauchst du 60 Draht, um Kabel zu machen. 60 pro Minute. Das heißt, du bräuchtest eigentlich zwei Konstrukte, die Draht machen. Das geht auch. Du kannst ja mit einer Schmelze, also das musst du nur weg. Du musst da erstmal wieder einen Verteiler hin. Du musst erstmal wieder einen Verteiler machen. So, dann kommt hier noch ein zweiter Konstrukt dahin. Ich kann keinen mehr bauen. Nein, ich auch nicht. Mir fehlen zwei Kabel. Ja, okay. Mir nehme ich auch. Das läuft hier auf jeden Fall noch. So, und jetzt in einem Kabel oder was? Und in einem anderen Draht. Nee. Du baust jetzt mit beiden, baust du Draht. Mit beiden Draht, okay. Denn du bekommst... Guck mal, du hast hier gerade mal eine Schmelze dran. Du kannst da noch eine Schmelze dran setzen und baust nochmal zweimal Draht. Und die Frage ist ja, wie viele Kupferminen haben wir eigentlich? Wir haben, glaube ich, nur eine aktive Kupferminen oder nicht? Ja, ja, aber guck mal, das Band steht doch die ganze Zeit. Nee, ich meine nur, ich denke halt jetzt ein bisschen weiter. Ja. Du brauchst... Du brauchst da noch direkt mal eine Schmelze hinballern. Genau, aber setzt sie mal noch weiter nach links. Weil du hast doch jetzt die Konstrukte dort vor dir am Weg. Ich bau die mal hier hin. Hier, auf die Plattform hier. Genau. So, und jetzt tun wir den hier. Können wir den Outnumber umsetzen, oder? Den tun wir trennen. Den tun wir trennen. Dann kommt hier ein Verteiler hin. Splitter. Ich habe schon einen in der Hand. Warte mal. Ach, ich kann nicht bauen. Du musst bauen. Ich habe kein Rad. Genau. Ist ja in der Mitte, ich sehe das nicht. Ja, jetzt. So, ne? Passt. Ja. So, und dann. Von da nach da. So, und jetzt. Jetzt. Rein theoretisch. Ja. Ja. So. Und dann kannst du die Kurve ziehen. Ja, das ist richtig. Dann kannst du die Kurve ziehen. Und jetzt. Siehst du das? Perfekt. Ja. Dann sieht das ordentlich aus. Und jetzt, rein theoretisch, haben wir ja gerade mal zwei Schmelzen dran. Du könntest sogar noch eine dritte bauen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir einfach. Ah, jetzt haben wir quasi, okay, verstanden. Jetzt haben wir Kupfer und dann machen wir jetzt noch den, den Ding dazu, die Kabel. Genau, aber hier machst du jetzt noch mal zwei Konstrukteure hin. Hier hin. Und dann noch mal zwei Konstrukteure dahinter. Also vier Stück. Ach du Scheiße. Genau, weil du willst der Eimer, willst du eine Produktion haben für nur Draht. Genau. Und einmal willst du aber eine Produktion haben für Kabel. Also brauchst du zweimal Draht, um dann wiederum, warte mal, es braucht Kabel. Kabel braucht auch 30. Kabel braucht 60 Draht. Und herstellen tun wir 30 Draht. Habe ich jetzt einen Denkfehler? 30 pro Minute. Stellt der her. Und ich brauche 60. Okay, also drei Konstrukte. Also zwei Stück jetzt hier nebeneinander. Erstmal wieder. Also hier wieder ein Verteiler hin. Genau. Ja, jetzt bauen wir jetzt wieder Material. Achso. Aber klar, Verteiler. Dann die zwei Konstrukteure. Genau, nebeneinander. Die quasi wieder Hupfer herstellen und dann dahinter noch mal zwei, die dann quasi daraus Kabel machen. Nur einen. Nur einen. Nur einen. Okay. Weil es insgesamt drei da nicht aufhören. Alles klar. Du stellst 60 mit zwei Konstrukteuren her. 60 pro Minute an Draht. Brauchst aber auch 60 für 30 Kabel in der Minute. Also von eins auf zwei, von zwei auf eins. Es ist brutal. Ich liebe dieses Spiel. Ja, musst du dir halt immer die Anzahlen pro Minute anschauen. Schlimm wird es hinterher so bei den verstärkten Platten und dann noch da dann aufwärts. Also da wird es richtig schlimm. Ich liebe dieses Spiel. Ja, musst du dir halt immer die Anzeige reinstellen. Ich liebe diese Anzeige reinstellen. Ok, jetzt ist hier schon mal auf und weiß ein Draht drin, und bei dem anderen Was ist denn da noch? Das ist da noch ein Projekt assembly parts can now be constructed and send up via the space elevator Project parts are too complex to produce by hand Ich kann hier schon mal herausstellen, oder? ja alles gut muss hier und verteiler gucken wie ich jetzt am besten bau das hat einigermaßen auch ordentlich aussieht das ist ein mittig und ein links nebendran wird dieser der bau am besten denen hier direkt erst mal dran dann hast du doch die entfernung zum anderen dann auch du machst das schon man müsste ich ja theoretisch dahinter noch mal ein verteiler machen theoretisch ja erstmal lässt du das kabel herstellen also quatsch draht dann schau dass du die vielleicht ein bisschen näher an den an die schmelze dran baust damit du nach platz nach hinten weil so viel pop du stellst ja hier setzt erstmal den verteiler hier und den so nah wie möglich aber an die schmelze daran ich nicht selber sogar anbauen doch genau jetzt das band dazwischen jetzt kannst du ja rein theoretisch auf dieser linie hier die konstrukteure hinbauen dann krieg ich dann die überhaupt noch gesplittet ah ja klar logisch wir haben ja jetzt hast du ja jetzt hier mit also kannst du hier sehr nah dran bauen an den anders förderband jetzt boah dann flackert das jetzt so jetzt so jetzt genau und jetzt packst du rechts daneben noch den zweiten das geht sich auch noch auf so jetzt machen wir direkt einen mk2 ich glaube ich auch nicht ja ist egal machen mk1 hier kann ich genau jetzt können wir hier einstellen draht draht und draht anschalten die brauchen noch strom haben wir hier noch genügend anschluss dinge und ja hinten ist noch ein feuer stellen extra neu hingebaut alles noch verbunden nicht genügend material der kabel mehr ich bin eine arme sorge ich habe sowas nicht ja ich habe schon gemacht ähm ne ähm versuch nochmal ähm setzchen nochmal so ne so ne antennen statt also hast du auch hier alles klar ne alles hat nichts gesagt du musst immer auch gucken wenn du kabel anschließt das natürlich auch irgendwo dann was überbleibt dass man wieder rum dann auch weiter bauen kann ne das ist das halt ja hab ich gerade geguckt aber war alles gut das machen wir selber eben kamen splitter jetzt brauche ich ein junato genau ich bin jetzt hier rein bis irge rein swoim Comm� Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geil Genauso Genauso Wie bei Enlisted Können gleich die nächste Forschung wieder anschmeißen Herr mit die Platten, Herr mit die Stange Was können wir denn als nächstes machen? Ähm... Au... Bullshit Ups... Hey... Da sind wir schon wieder fast fertig, Eck Ja, ich will mir eben wieder neuen Beton Oh Mann ey Schön Okay, das reicht leider noch nicht Wenn wir noch mehr Beton haben wollen, also könnten wir sogar noch einen dritten, ähm... Einen dritten Konstrukt da hinstellen Das würde auch noch gehen, ja Da ist noch Platz nach oben Wird jetzt noch mal ein bisschen Draht Geht sich das jetzt hier aus? Zeig mal her 100% Ja Jetzt geht es nicht aus mit dem Kabel Das ist sehr gut Was machst du hier? Schäublein Äh... 40 Und was macht er? 15 15 Ist dann nur 30 Aber ja, Hauptsache wir kriegen mal Schrauben Das ist nicht optimal, aber Hauptsache Schäubchen Ja Passt du Strom... Also hast du angeschlossen, okay Mhm Draht Ja, weil wenn du verstärkte Eisenplatten machen musst Oder musst du die ganze Zeit diese Kack-Schrauben herstellen Ah, da kriegst du den Ast, ey Ne, ist ja okay Wie gesagt, also das ist soll Es soll ja hier erst mal die Grundsorisch Die Grundsorisch Ja, das passt jetzt Jetzt kommen wir eh an den Step, dass wir schon Ähm... Ich sag mal Äh... Schwierigere Baulinien hätten Also hier modulare Rahmen Verstärkte Eisenplatten Aber... Oder Rotoren Aber damit lassen wir uns einfach Zeit Sondern wir gucken lieber, dass wir die Grundmaterialien erstmal Gut äh... In so Gebäude reinpacken Ach hier Komm Zack Ne ist das Ähm... Dass das halt läuft Aber guck mal hier ist eine Gebäude mit der Biomasse Und das steht ja schon Ja, richtig geil Gefällt mir richtig gut Er kann jetzt oben Können jetzt Biomasse-Generatoren Hingestellt werden Aber der noch genug Biomasse Oder muss ich noch eine Runde sägen gehen? Ach der, wir haben bei weitem Gemüc Okay Ich platziere jetzt auch oben ähm Gemüc Generatoren Dass du da Gas geben kannst Ja, das ist schon mal eine Erleichterung Äh, zack, 72 Schrauben schon mal wieder Das ist besser wie nix Mhm Ich hätte sogar zwei Konstruktoren hier hinstellen können Hättest du die nicht mal splitten müssen Okay Jetzt einfach Jeweils hinter einem so einen Rohr Ding Jetzt jeweils äh Einen hingesetzt Schrauben Diese Ein, ein Komm, dann mach ich das Ja Fast 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 also eine eisen habe ich jetzt gleich komplett auf mk2 ausgebaut weil das lager ist leer und die kommt nur noch spärlich hinterher ja es wird zeit dass wir dann oben die rafinerie machen wo dann en masse hergestellt wird auf jeden fall es ist einfach direkt darüber waren es ist super so jetzt läuft das auch deutlich schneller ja jetzt auch so 1 2 3 4 5 6 bio generatoren stehen jetzt oben schon mal ich werde dann auch die unteren welche abreißen mit den nach oben verfrachten so die laufen auch schon zwar also zwei laufen schon mal hier weiß jetzt die anderen einfach ab und platz die oben neu und dann können wir die zwei dinge an dem hub können wir auch ausmachen auch noch genug saft brauchen wir nicht mehr so die sind weg sollte jetzt mal kurz ohne strom hier was soll also sollte kurz strom weg sein das ist jetzt eben nur platzieren immer ganz kurz aus dem klo ja 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 Das war's für heute. 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 Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall Strom für 210 aktuell. Ja, 210 Strom produzieren wir. Wir sind aktuell bei 84, 88. Okay, geil. Also könnten wir das nochmal, was wir jetzt gebaut haben, verdoppeln und dann hätten wir sogar immer noch Plus. Ja, ich hab hier oben immer noch Platz, also wir können noch mindestens so... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, vielleicht 7, 7 können hier noch locker hinpassen. 8, oder? Okay. Also hier ist noch Platz nach oben auf jeden Fall. Kannst ja dann noch höher bauen oder so. Bis dahin denke ich werden wir auf dem Stand sein, dass wir Kohle produzieren. Dann hast du ja nochmal ein ganz anderes Stromlevel. Ja. Das stimmt. Okay. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Grundmaterialien und dann... könnte man den Schmelzraum beziehungsweise die Schmelzplattform dann endlich mal angehen. Das stimmt. Das stimmt. Du hast einfach gesagt, wie es jetzt geht. Ich brauche jetzt auch, was ich brauche jetzt noch mal rein. Ich brauche jetzt mal. So. So. das war mk1 das eisen komplett holst du dir schon schnell ran ja das ist ja doof dass das eisen dort die erste eisenmine da zum beispiel das ist nur auch normal also das ist nur normale mine kannst du dir kannst du dir genau an dem an dem meiner kannst du dir anschauen 60 erz pro minute mehr macht die nicht und die andere hatte ja die andere macht auch nur 60 pro minute mehr macht die nicht wir müssten halt bessere miner finden dass er als erz noch erz 280 meter in diese richtung okay haben wir sogar noch beide in der nähe wo ist das denn hier ja ok hier ist eine reine eisen eisenmine das ist gut weil das ist auch wieder hinter dem über dem schmelzgebäude da bauen wir einfach eine mine naja ich sehe dich ganz dahinten ok ja wird sich anbieten zu der plattform hin auf jeden fall da hat es gerade den letzten oder den nächsten meilenstein fertig eine reine eisenmine guck mal was macht die 120 pro minute erz einfach mal das doppelte da kannst du also bei 120er kannst du sechs schmelzen und das ist nicht mal auf zwei eben auf stufe 2 kannst du dann halt 12 ja und das ist das was ich meine wenn man immer wieder umbauen muss oder so ach du bist bescheuert dann baue ich das lieber einmal direkt denn ganz groß und braucht dafür am anfang ein bisschen länger mit den nächsten stufen ja vor allem muss halt oft ein hirn benutzen da gehst du irgendwann an den stock schließt